In den meisten Netzwerken können wir Teilspannungen und Ströme berechnen durch geschicktes Zusammenrechnen von seriellen und parallelen Widerständen. Dies funktioniert allerdings nicht in allen Fällen und teilweise brauchen wir weitere Methoden, um komplexere Probleme zu lösen. Schauen wir uns dies anhand von einem konkreten Beispiel an. Wir haben bei dieser Aufgabe ein elektrisches Netzwerk aus 5 Widerständen und einer Spannungsquelle gegeben und es wird gefragt, wie gross die Spannung U4 am Widerstand R4 ist. Dieses Widerstandsnetzwerk kann man nicht durch Parallel- und Serienschaltungsberechnungen zusammenfassen und diesen Wert U4 kann man nicht einfach direkt berechnen. Daher müssen wir hier ein Gleichungssystem aufstellen, um das Resultat zu erhalten. Die Frage ist jetzt natürlich, was für Gleichungen sollten wir da aufstellen, damit wir möglichst einfach ans Ziel kommen. Und am besten erinnern wir uns an die kirchhoffschen Gleichungen. Wir haben ja die Knotengleichung zum Beispiel, die besagt, dass in allen Knoten dieses Netzwerks die Summe aller Ströme gleich 0 sein muss. Wir haben hier 4 Knoten in diesem Netzwerk drin und können daher grundsätzlich 4 Gleichungen aufstellen. Ich werde für das Lösen dieser Aufgabe dieses Netzwerk in einer etwas abstrahierteren Form noch einmal aufzeichnen. Ich definiere hier für alle Spannungen und Ströme in diesem Netzwerk eine Richtung. Die Richtung spielt keine Rolle, man kann die frei wählen, man muss sie aber für alle Gleichungen genau gleich beibehalten. Beginnen wir nun mit dem Ausstellen der Gleichungen. Ich beginne mit der Knotenpunkte-Regel für diesen ersten Knoten hier. Dort haben wir einen einfließenden Strom, I4, und zwei ausfließende Ströme, I1 und I0. I0 ist als Zahlenwert bekannt und daher keine unbekannte. Fahren wir mit dem zweiten Knoten fort. Hier haben wir einen einfließenden Strom, I1, plus einen einfließenden Strom, I5, und einen ausfließenden Strom, I2. Analog gilt für den dritten Knoten das folgende. Nun könnte ich für den vierten Knoten in unserem Netzwerk ebenfalls diese Gleichung aufstellen. Ich werde darauf allerdings verzichten, weil die Gleichung des vierten Knoten linear abhängig wäre zu den restlichen Gleichungen. Das heisst, man kann allgemein sagen, dass man für k Knoten in einem Netzwerk k minus eine Gleichung aufstellen kann. Jetzt haben wir in diesem Netzwerk fünf unbekannte und erst drei Gleichungen. Das heisst, wir müssen noch zwei weitere Gleichungen aufstellen können und dafür verwenden wir nun die Maschengleichung. Hier gibt es verschiedene Vorgehensweisen, um sicherzustellen, dass man keine linear abhängigen Gleichungen aufstellt. Ich demonstriere hier jetzt einfach eine Möglichkeit. Ich suche mir eine beliebige Masche in diesem Netzwerk. Ich nehme hier die äusserste und stelle dafür eine Maschengleichung auf. Ich werde hier nicht die Spannungen verwenden, sondern gleich die Ströme und die Widerstände. Die Widerstände kennen wir und dann haben wir nur ein Set von Unbekannten, nämlich die Ströme durch diese Widerstände. Die Spannungen kann man dann jederzeit noch berechnen. Daraus ergibt sich, dass I1 mal R1 plus I2 mal R2 plus I3 mal R3 minus die Speissspannung U0 gleich 0 ergeben muss. Wenn ich diese Maschengleichung aufgestellt habe, dann trenne ich eine der darin enthaltenen Verbindungen auf und werde die nie mehr verwenden. In unserem Beispiel wähle ich jetzt die Verbindung über U0. Nun kann ich hingehen und eine beliebige weitere Maschengleichung aufstellen, solange ich nicht U0 oder I0 darin verwende. Wir können also zum Beispiel hier noch eine innere Maschengleichung aufstellen und die sieht folgendermassen aus. Nun haben wir drei Knotengleichungen und zwei Maschengleichungen und damit insgesamt fünf Gleichungen für dieses Netzwerk. Und da wir nur fünf Unbekannte haben, ist das genug, um die Aufgabe zu lösen. Allerdings ist es sehr mühsam, ein Gleichungssystem mit fünf Gleichungen zu lösen und darum ist oft in Aufgabenstellungen nur gefragt, diese Gleichungen aufzustellen. Ich werde daher an dieser Stelle auch darauf verzichten, das von Hand auszurechnen. Trotzdem möchte ich hier die Lösung angeben. Man erhält für I4 einen Strom von minus 0,524 Ampere. Dass dieser negativ ist, macht durchaus Sinn, weil wir die Richtung des Stromes und der Spannung 4 so gewählt haben, dass sie entgegen der tatsächlichen Richtung des Stromes I4 verläuft. Damit beträgt die Spannung U4 minus 4,19 Volt. In diesem Falle können wir dies als negativ belassen, weil in der Aufgabenstellung die Richtung dieser Spannung nicht definiert ist. Wir haben also gesehen, dass komplexe Widerstandsnetzwerke nur durch Gleichungssysteme aufgelöst werden können. Diese Gleichungssysteme stellen wir auf, indem wir für alle bis auf einen Knoten im Netzwerk die Knotengleichung aufstellen und dann die restlichen nötigen Gleichungen aus Maschen auslesen. Damit diese Maschengleichungen linear unabhängig sind, müssen wir immer eine Verbindung, die wir für die Masche verwendet haben, auftrennen und dürfen sie für weitere Maschengleichungen nicht mehr verwenden. Und dann können wir die Maschengleichungen nicht mehr verwenden. Und dann können wir die Maschengleichungen nicht mehr verwenden. Und dann können wir die Maschengleichungen nicht mehr verwenden.